Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoshow im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Loma. Bezuggütt. Nicht nur in den großen Städten im Rhein-Sieg-Kreis wurde kräftig Karneval gefeiert. Auch beispielsweise wie hier in Meckenheim gingen wieder die Merler Jecken auf die Straße. Hier gab es auch in diesem Jahr wieder einen bunten und fröhlichen Karnevalsumzug. Mit viel Spaß und guter Laune feierten die Jecken in den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet bei größtenteils gutem Wetter ihre fünfte Jahreszeit. b litvershaft im dachten im Kreisgebiet beim BOLS-BATR dachten im Kreisgebiet unter der Grund niv� これ hat nochmal geartet und hier wird kein R psamm fermentiert wenn jetzt es ist wieder einmal angewandelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017